Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Huch! Die Katzen. Mal wieder. So, hier wird transportiert. Ich war jetzt nur ein paar Sekunden weg, aber irgendwie... Direkt schon wieder vergessen, was los ist. So, äh, hier. Sind die unterwegs? Nö, schicke ich direkt wieder los. Schaden kann es nicht. So, schnell freilassen. Ich weiß gar nicht, wo der andere ist. Wird schon irgendwo rumkuffeln. Okay, bis jetzt sieht alles noch ganz gut aus. Eins, zwei, drei. So, hier sieht noch alles ganz gut aus. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Er ist glücklich. Ja, das ist doch gut. Okay. So, ich war immer noch hier mit der... ...ganzen Geschichte zu Gange. Dinosaurier-Sichtbarkeit ist in Ordnung. Nahrungsbewertung müsste ich noch hochkriegen. Und die Getränkebewertung. Und da ist schon wieder ein Dino tot. Und natürlich ein Sturm. Und wir haben natürlich das Pech, dass da... ...natürlich. Ein Kasmusaurus. Wir werden natürlich das Pech haben, dass ein Tornado kommt. Gehe ich ganz stark von aus. Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Ja, ich weiß es doch. Meine Güte. Ja, und damit werden wir dann auch einen Stromausfall haben. Mäh. Ja. Da ist er. Der Tornado. Wo ist er denn? Hier. Obwohl, wir haben alle Stromnetzwerke verbunden. Ja, ich bleib jetzt mal hier. Ja. Und irgendwo will wer ausbrechen. Hier. Alle. Oh, ich hasse sie. Ehrlich, ich hasse sie. Diese ganzen Fleischfresser, die, wer weiß wie, ausrasten. Ich könnte, würde ich diesen Auftrag selbst erfüllen. So gut ist er. Ja, ja. Ist das überschwänglich? Sie entscheiden. Oh Gott, das auch noch. Bestellte der Anfrage für Reparaturtruppen. Schlimm. Okay, muss gar nicht gemacht werden. Toter Dino. Ja, da sind sie auch schon raus. Oh Gott, das ist der T-Rex. Oh Gott. Ja, warten wir mal kurz, wie sich das entwickelt. Er dürfte halt nicht raus. Der kloppt sich dann mit dem T-Rex und gleich ist er draußen. Und da ist er draußen. Anfrage bestätigt. Wie die weitere Aufgabe fest. Okay, zur Basis zurück. Das kannst du auch lassen. Na, das war das Falsche. So. Du, hier wieder rein. Du, hier wieder rein. Du. Äh, hier wieder rein. Er noch? Und ich glaube, ein Raptor fehlt noch, ne? Zwei sogar. Okay. Oh, dieses Rumgeflacke irgendwie. Produkt wurde eingesammelt. Transportiere Produkt. Wie viele Raptoren haben wir denn? Ich hab ein paar viele gemacht, wa? Okay, ich warte das jetzt eben ab. Zwei sind noch draußen. Und nicht getäubt. Und nicht getäubt. Produkt muss eingesammelt werden. Na los, jetzt haut den noch um. Produkt zugestellt. Produkt unterwegs. Bestätige Produktzustellen. Wir möchten uns für alle holen. So. Okay. Sturmabwehrstation. Produktzustellung bestätigt. Ja. Sturmabwehrstation. Sie sind an der Aufgabe drangeblieben und haben die Ziele des Auftrags erfüllt. Dafür möchte ich Ihnen danken. Ja. Bitte. Bitte gerne. Transport abgeschlossen. Warum war das da so hin? Das ist mir eigentlich relativ. Produkttransport im Gange. Produkt wird transportiert. Nur mal... Ja, ja, hier. Ja, das wird nicht passen. Ja. 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 Aber dann sollten wir die 70% eigentlich nicht haben. Mist. Eins noch. Hier nicht. Ähm. Ja. Hier wäre das noch gut. Eigentlich. Schon wieder ein toter Dino. Oh Gott. Hier, was ist es diesmal? Apathosaurus. Ja, okay. Dann... Einmal. Wo ist der andere? Produktzustellung bestätigt. Produkt zugestellt. Und einen neuen machen. Vielen Dank. Okay. Den haben wir auf 100%. Dann fehlt noch der Allosaurus. Dann machen wir auch einen. Hier. Obwohl, vermutlich, mache ich einfach mal zwei. Okay. Wie sieht's hier aus? Da brauchen wir definitiv noch Aufträge. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Sicherheit hier zu verbessern. Und ich bin der Meinung, dass uns dieser neue Auftrag dabei helfen könnte. Denken Sie darüber nach. Hm. Ich baue das jetzt wirklich nur... ...für den Auftrag. Wenn wir den Auftrag erledigt haben, reiße ich das Teil wieder ab. Klingt doof, aber... Ja, warum nicht, ne? Wir haben noch Platz und Geld haben wir auch genug, dass wir... ...so Quatsch auch machen können. So. So. Ja, bis auf das alles stirbt und ersetzt werden muss und ja, läuft es doch eigentlich ganz gut, würde ich mal behaupten. Kaffee. Es ist komplett grün und trotzdem funktioniert das nicht ganz so. Ich glaube, der Platz wird nicht reichen. Ich werde das ja alles wieder hinbauen. Also keine Panik. Aber ich möchte hier wirklich unbedingt... Oh Gott. Das wird doch so nix. Wie mache ich denn das am dümmsten? So passt das ja auch nicht. Äh, da. Dass ich immer wieder neu runterscrollen muss, Mann. Ne, das funktioniert nicht. Hm. Ja. Gut bearbeiten. Okay, das hat nicht funktioniert. Hm. Sind zwei nebeneinander. Ist ja jetzt auch nicht so gut, aber hey. Hier ist ein neuer Auftrag. Ich habe dabei sofort an Sie gedacht. Ne. Kann ich schon wieder einen neuen Auftrag annehmen? Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ja. Was? Oh. Doch, Grinchen. Stigimoloch. Was? 57, glaube ich, ne? Ja. Ach, die brauchen noch lange. Naja. Naja. Okay. Äh. Wir haben doch noch Betriebsgebäude, ne? Haben wir das Wissenschaftszentrum schon irgendwo? Wo? Ne. Hm. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Ne? Was? 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 So. Das hat keinen Strom. Das können wir wieder abreißen. Ja. So. Oh, schon wieder. Oh, er ist während der Betäubung gestorben. Können wir gleich direkt noch einen Apathosaurus machen? Der stirbt wahrscheinlich auch gleich. Alles stirbt hier. Daher wird es für uns schwieriger, für Sicherheit zu sorgen. Glücklicherweise stellen wir uns dieser Herausforderung gerne. Hä? Der Indoraptor ist ein Spezialprojekt von mir. Die Tatsache, dass Sie sich dafür interessieren, bedeutet, dass ich mich für Sie interessiere. Betrachten Sie sich als betrachtet. Okay, ich betrachte mich als betrachtet. Alles klar. Yes, wir können den Indoraptor leeren. Wo ist er denn hier? Nee. Hä? 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 Was? Müssen wir den nicht leeren? Irgendwo? Nö, also können wir den direkt züchten? Anfrage bestätigt. Wo ist denn der Stiggy Moloch jetzt in? Da. Den verkaufen wir natürlich. Wir sind einsam in das Produkt unterbilden. Indoraptor. Oh, und die Dicken hier können wir auch direkt rauslassen. Oh. Ist das laut immer. Mit den scheiß Helikoptern. Und da ist er zusammengeklappt. Boah, guck dir den Hals an. Transport hat begonnen. Okay, der will mindestens zu zweit sein. Das war aber klar. Boah, ist der groß. Ich liebe diese Viecher. Wegen dieses Momenchisaurus fange ich an zu glauben, dass sie möglicherweise ein Interesse an großen Dinosauriern haben. Ja, ich mag große Dinos. Okay. Das hätten wir. Dann brauchen wir Aufträge für die Unterhaltungsdinge, oder? Warte, stopp. Nein. Nein. Hier. Nö, haben wir... Wir haben alles abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch fünf Sterne machen und dann sind wir fertig. Hm. Was schwankt denn der so? Ich finde die ja richtig cool mit dem langen Hals. Die sind so groß. Okay, ähm... Nimm, nimm, nimm. Das dauert noch. Da, Indoraptor. Ja, doch, das reicht erst mal. Produkt wird transportiert. So, ich mache dem Indoraptor hier das Gehege. Hier so. Okay. Futterstation muss aufgefüllt werden. Ah, hier hinten. Ja, und dann kannst du hier auch nochmal... Und das andere Team... So. Produkttransport beendet. Oh, der Fernseher will ausgehen. So. Oh man, cool. Coole Sache. Ah, hier werden wir aber... Definitiv ein bisschen Probleme haben. Hmm. Spannungsvolle Musik Spannungsvolle Musik Spannungsvolle Musik Interpreten ... ... ... ... ... ... ... Deine Spiel So ein bisschen überlegen, wie ich überhaupt genau bauen kann. Ich hoffe, das reicht im Indoraptor. Na, so. So, hier. Was wollen die denn immer mit der Futterstation? Ich habe doch alles aufgefüllt. Mensch. Und die Musik schreit mich an. Was ist da los? Was ist da los? Verbaut. Ernsthaft. Ach ja, das sollte dem reichen. Der Allosaurus hat dann verkackt, aber okay. Futterstation, Strom. Ist doch alles schon eingetragen. Mann. Ich habe einen neuen Auftrag, der der Unterhaltungsabteilung wirklich helfen würde. Für eine Person mit ihren Fähigkeiten sollte er kein Problem darstellen. Baba, baba, baba. Höft zu Schleim. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Aufgabe erhalten. So. Jetzt warten wir kurz, bis der betäubt ist. Öh. Erstmal strecken. Und dann, äh. Ja. Hoppala. Mikro doch ein bisschen zu nah. Dann kommen die rüber. Dann geht es denen gut. Und dann kommt noch der Indoraptor. Und den Allosaurus will ich ja auch noch. Oh. Hier ist auch noch Allosaurus. Bestätige Anfrage zur Produktabwohnung. Produkt wird eingesammelt. Ja, Entschuldigung. Ich warte jetzt ein bisschen. Das sieht halt immer noch nicht gut aus. Wir brauchen fünf Sterne. Vor allem bei Dinos haben wir fünf Sterne. Hier müssen wir halt echt noch was machen. Transportbewertung ist relativ niedrig auch. Spaßbewertung, sprich... Bestätige Produktzustellen. Mehr Spielehallen eigentlich. Produkt transportiert. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Spielehallen unterkriegen. Okay. Ja, das ist sinnfrei, ne? Spielehalle und Spielehalle. Hier schien es gerade zu gehen. Hier. Wir müssen unbedingt fünf Sterne noch kriegen. Vorher würde ich einfach ungern irgendwie beenden. Hier haben wir auch keine Spielehalle oder sowas. Hm. Bier als... Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben oben. Hier oben. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier den Platz, wer weiß wie, nutzen. Oder die Dinos, sag ich mal. Ja gut, das war ja irgendwo klar. Jetzt kriegen wir das nicht so auf eine Höhe, ne? Oh Gott. Hm. Spielehalle. So, irgendwo ist irgendwer krank. Hier nicht. Hier hinten. Und da sieht's auch... ...nicht so gut aus. Okay. Puh, ich hoffe, wir kriegen nicht noch einen Sturm dazu. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. So, Spaßbewertung. So, was haben wir da noch? Spaßbewertung sollte ein bisschen hochgehen. Einkaufsbewertung. Nahrungsbewertung ist immer noch schlecht. Einkaufsbewertung. Wirklich viel Platz habe ich auch nicht mehr, ne? Ja, ich bin doch dabei. Also eigentlich... ...dürfte sich kein Dinochen beschweren. ...dürfte sich kein Dinochen. So. Er ist fertig. Oha. Oh Mann. Okay, der will auf jeden Fall Wald. Ähm, hier wollte ich hin. Oh, bei dem ist das Geborgenheitsdingen knifflig. Der ist eh gleich betäubt. Dann kommt er in sein Gehege und gut ist. Und da liegt er. Ich denke, der wird dann noch mehr Wald brauchen. Ja, ich würde sagen, das war es dann auch erstmal wieder. Diese Strecke. Ui. Ähm. Ja. Eine Folge wird es noch geben. Ich werde keine weitere dann mehr machen. Eine einzelne noch. Und ähm. Die letzte Insel machen wir ja im Stream. Beziehungsweise also. Ja doch, im Stream. Und ich werde aber den Stream dann auch hier hochladen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch einen Allosaurus unterkriegen. Und. Ja. Macht's gut bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Toodaloo. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.